Musik Hierin befinden sich etwas mehr als 15.000 Unterschriften. Ganz besonders freut mich, dass Familie Buchholz hier bei uns ist. Drei Generationen von Borussen-Fans. Die Familie macht sich jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Die bringt unser Bewerbungsbuch zum Deutschen Fußballbund in Frankfurt. Das soll ein wunderbares Zeichen sein. Musik Musik Hier möchten wir Ihnen das größte Bewerbungsschreiben der Welt überreichen. Wir freuen uns über das Interesse und das ist hier ganz beeindruckend dokumentiert. Die Unterlagen werden jetzt sehr sorgfältig gesichtet, sehr sorgfältig ausgewertet und bewertet. Und dann werden wir in den nächsten Monaten eine Entscheidung treffen. Wir begrüßen das sehr, dass Sie hier extra den Aufwand auf sich genommen haben, herzukommen. Und vielen Dank. Ich weiß, es kann jetzt nichts mehr schief gehen. Musik Musik